Ja hallo meine lieben YouTube-Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Netzplayer Rayman Legends. So als, sag ich mal, kleines Entschuldigungsprojekt, weil schon lange nichts mehr auf meinem Kanal gekommen ist. Ja, wird das auch weit, das wird doch bis aufs Weitere, sag ich mal, begrenzt sein, weil ich hab irgendwann noch kein PC und... Ich dachte nur so, ich hab mir heute Rayman Legends runtergeladen, nachdem ich so... Ach komm, mach mal, im Let's Play zwischen der Zwischenzeit davon und dann vielleicht irgendetwas anderem noch. Und ja, ich weiß schon, die Audioqualität von einem fucking Mikrofon ist wie... Ist wie am Arsch am Sack, ähm, Arsch am Sack, äh, keine Ahnung. Obwohl, hm, sowas gibt's ja gar nicht, also die Audio ist unmöglich. Also die Tonqualität von diesen Kopfhörern hier, wo ich benutze. Also nicht wundern, ich bin sehr darüber bewusst. Ich weiß sowas von davon. Und, ähm, ja, also... Nicht wundern, ich weiß davon. Ich weiß sowas von... Ähm, Rayman Legends, warum Rayman Legends? Weil's kein Rayman Origins für die PC gibt. Und, ähm... Hab ich aber... Hab ich aber... Hab ich aber auf der Bs, ich sag jetzt also. Rayman Origins. So. Und was soll ich... Kann ich noch so sagen? Ich... Ich persönlich kenn mich jetzt nicht so mit der Rayman-Ray heraus. Also... So wie die Charaktere heißen... Ungefähr... Äh, joh... Das ist klar. Rayman Globox... Morph... Und... Von dem was ich weiß... Hat sich irgendwie jeder... Unterscheidet sich jeder Teil von dem anderen. Und sie... Vor allem damals zum Playstation 1 und Gameboy und... Windows Xperia, was ist es halt... Ähm... Ja... Soviel zu meinem Vorwissen über Rayman. Soviel zu meinem Vorwissen über Rayman. Soviel zu sagen... Neu spielen. Bei Star-Name... So... Einmal schalte das System nicht aus, wenn folgendes Symbol für Unterwissen. Okay... Blablabla... Ein Jahrhundert... Ein ganzes Jahrhundert... Hemmungslosen Gähnens und Schnarchens. Es scheint, als wären die Helden der Lichtung der Träume... Einem geheimnisvollen Schlafzauber verfallen. Aber vielleicht brauchen sie auch nur eine Mütze Schlaf. Unterdessen vermehrten sich die Albträume. Sie breiteten sich aus... Und erschufen neue Dämonen. Graue Lafter, als jemals zuvor. Die Lichtung der Träume ist in Gefahr, mein Freund. Schnell! Wecke unsere legendären Helden! Schnell! 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 Was ich schon mal voraussagen, fand ich schon mal die Gäbe von ORAIMEN, ORAIMEN und LEGENDS. ORAIMEN ist sicher auch eher so gezeichnet. Aber hier bei LEGENDS sieht man wieder so einen kleinen Unterschied zwischen ORAIMEN und LEGENDS. Das ist ja auch. Und hier haben wir noch bald RAIMEN. Dann mal vielen Dank für die Erklärung. Zur Steuerung. Man kann RAIMEN mit dem linken Stick steuern, auch mit dem Steuerkreuz. Man kann das machen, das. Man kann auch so eine super Attacke machen. So, das ist ein Ausbrachhaus. Ein bisschen baiten. Mit R2 und L2 läuft man. Also ich fühle das Ganze auf der Playstation okay, wie schon gesagt. Und ja, man macht eigentlich fast... Zwar nicht ganz so richtig, wie die RAIMEN-Anschluss ist, aber fast das gleiche. Nächstes Mal sind es die Kleinlinge. RAIMEN-Lash, zwar nicht der Leuchten bei Toons. Und hier sind es... Kleinlinge für mich. Das ist ein Büro. Bachtet. Ach komm, wir machen so einen Knopfschlag. Ähm... Ist da jemand aufgeschmissen? Oh... Ja, das hätte ich nicht so tun sollen, denn... Ich hätte nämlich den Linen dann einfangen sollen. Und dann so da reinvoll die... Dinge hier, sag ich mal... Einsammeln sollen. Was übrigens... Lumps sind. Diese kleinen... Ja, die kleinen... Gelben Dinge oben links unter RAIMEN. Fühlt sich... Was ist der? Also... Also... Oder... Rosa... Biss... Die Lina... Wieso ist der? Dann muss ich immer besser! Ähm... Was habe ich denn mit dem Linen? Ja... RAIMEN-Lash ist zwar ja... Wie schon viele wissen... Also... Wo RAIMEN gespielt haben. Ähm... Also das Ganze anscheinend nicht verzogen haben. Uuuuhk, okay das Ding... ... die ganze Sauberat muss aber ausreichen. Ausreicht ja. Ja ich weiß es gibt doch Leute, wo... ... alles perfekt machen. Also jeden Lumpen richtig einsammeln und diesen das nicht. Das ist so schwer. Übrigens, das auf der Tür ist... Ich glaube, das soll so ein Elektun aus Orochids darstellen. Also das hier auf der Tür. Aus Orochids. Ja, aber... Ach ja... Da, sonst fällt mir gleich was. Dann fällt mir gleich was. Dann bin ich hier. Das war... Bei der Wii U, bzw. PS Vita Version, wenn es so. Wie hatte man jetzt den Touch-Bild mit dem Video? Die haben wir in der Tür mit dabei bekommen. Ähm... Xbox 360 Xbox One... PS Vita und PS3 ist es... Allerdings, auf Kreis-Bild. Sonst hätte man hier jetzt natürlich mal... Ich glaube, Globus gesteuert. Das muss auch wenn der Automaten-Schläger von selber. Das ist jetzt gar nicht so zugegeben, dass ich da kriege. Ja, ist das soo, dass er das ist? Ich glaube, wir haben uns zum Glück gehabt. Und falls ihr euch wundert, warum ich gerade ein bisschen laut bin, weil ich habe meine Kopfhörer-Lautsteiger für den Controller. Ist doch etwas zu laut. Deswegen versteht man schon meine eigenen Worte nicht. Ach, auf den Knachhaus. Fühl zu wissen. Ach ja, hier die Mäuse werden auch wie ein Tag jähriger gewesen. Auf den PS wieder und im Video, wie selber, oder wie kann man jeweils Sachen im Hintergrund spüren, was ich sage, ob es ist. Sequestion, Spice, Relation. So glaube ich. Es gibt sogar auch eine Tuff. Ich gehe ja dafür. Also bei den PS wieder. Wenn man schon eine bestimmte Angelegenheit anspüren, zeige ich mal an. Sequestion. Hintergrund. Ich gehe ja dafür. Ich habe es auch für die PS wieder aufgespielt. Ich habe es für die PS wieder aufgespielt. Ähh. Wenn es für das F***** wissen. Mach es doch auch. Bumma. Nix. W- Okay. Ich habe ihn aufgespielt. Ja, ich kann mal auf meine Idee... Okay... Weiter geht's! Was ist hier schon mein kleiner Bruder? Kann man es... Weil... Auf jeden Fall mal... ... ist er schlauer auf sich... ... und ich darf mich wegen jeder Kleinigkeit... ... aber was ich jetzt sagen wollte, was wir können machen... ... sind diese... ... Woffern... ... und Tag ist ein bisschen öfters... ... wo sie immer gibt... ... das ist immer so öfters... ... ab und zu machen... ... und mal sehen... ... da ist es... ... ja... ... übrigens ja... ... hier... ... sowas zu steuern... ... L1, R1... ... wäre bei der Wii U und bei der P-Sweater... ... auch anders gewesen... ... also... ... sonst wäre es anders... ... weil bei der P-Sweater zum Beispiel... ... müsste man jetzt... ... die P-Sweater... ... hier einfach neigen... ... deshalb ist die Mission... ... die P-Sweater-Version... ... etwas besser... ... wenn... ... also... ... finden wir... ... finden du... ... finde... ... und... ... von der Steuerung hier... ... aber... ... naja... ... wobei... ... ich weiß nicht... ... was der Unterschiede... ... also... ... ob die... ... bei der P-Sweater... ... wollte es ja doch... ... noch für PC kaufen... ... mal... ... aber ich weiß nicht... ... ob es da... ... ob es sich das lohnen wird... ... ob es da... ... irgendeinen Unterschied gibt... ... oder so... ... oder... ... ob es einfach nur... ... PC ist... ... PC und... ... weg weiter... ... aber das werde ich dann sehen... ... vielleicht werde ich enttäuschen... ... vielleicht nicht... ... keine Ahnung... ... aber... ... das war ganz gut... ... aber... ... hat es doch noch nicht bekommen... ... also... ... alles... ... was hält... ... ja klar... ... eigentlich ist es... ... eigentlich ist es... ... eigentlich ist es... ... dass man die Dinge... ... aber das ist... ... aber es ist... ... so... ... so... ... und... ... sterbe... ... aber... ... alles... ... anscheinend... ... nicht mal... ... okay... ... das... ... hey... ... ich habe noch nicht... ... geteilt... ... oh Gott... ... dass du vielleicht mal später... ... wieder rumschauen... ... das... ... sah gerade... ... guck mal wieder aus... ... hier... ... okay... ... die kann noch nicht... ... klatschen... ... aber... ... Level eigentlich... ... abgeschlossen... ... aber... ... abgeschlossen... ... und auch... ... alles... ... abkassiert... ... bravo... ... übrigens... ... bei der PS4-Version... ... zu der PS3-Version... ... gibt es keine... ... gibt es einfach... ... keine Ladezeiten... ... wo man auf der PS3 ist... ... ja... ... klar... ... vielleicht ein paar Sekunden gewartet hat... ... aber... ... trotzdem... ... ist schon mal... ... ist schon mal ein Upgrade... ... sag ich mal so... ... ist ja ein gutes Upgrade... ... so... ... hm... Oder weiter an der Spanne? Keine Ahnung. Ich hasse spielen. Da liegt ja noch so'n Tuch drauf. Komm her. Dark Sea. Dark Sea. Nein. Achja. Ich hab noch nie andere Rayman-Teile gespielt. Stimmt. Welcher Teil war's nochmal? Rayman 3. Auf dem Gameboy gespielt. Und... Ich hab mal ein PS1-Spiel schon Rayman. Also... Ich hab's halt ausgeliehen. Hab's aber nie wirklich falsch gespielt, weil die... CD war schon... Fast nicht mehr... Legs machen für die PS1. Was ich ein bisschen schade fand, aber... Noch muss ich jetzt das Spiel aufbauen. Man muss es okay. Ist ja klar, weil das ja auch so ein Spiel... War... Zum Beispiel... Zum Beispiel... Zum Beispiel... Damals so war... Ich hab's nicht mehr... Weil... Erst ist ja der Typ, wo du halt Spiele spielen würdest. Das ist sowas halt eben. So... Warte mal... Kreis, vier, drei, kreis... Kreis, vier, drei, kreis... Das ist ja vorschussig. Aber egal. Dann... Kreis, vier, drei, kreis... BAM! BAM! Jaja, PITCH! Ja, ich weiß. DIN... 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 Oh, es gibt noch viel... Also, später kommen noch viel geilere Levels. Wie viele Reim-in-Legends noch nicht kennen. Später... Das hier ist jetzt unsere... Zu sein der anderen. Später gibt's noch geilere Levels. Es ist ziemlich schade, dass Ubisoft kein neue Raymental mehr bringt. Wobei ich sehr viele, ich sag mal so, sehr viele, fast jeder Raymental wartet auf einen Tag im Spiel. Aber wer anscheinend noch lange dauert. Ich würde es vielleicht aber schon sagen, dass die Übersetzung der Übersetzung für den Feindler bis weitergeht. Er hat die Übersetzung für die Übersetzung. Auch das ist die Übersetzung für die Übersetzung. Wo, 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 wo. Einscheren, ich bin. Einscheren, ich habe das eine Übersetzung für die Übersetzung. Anscheinend... Also ich weiß nicht was das, aber in Filiox die nicht, oder? Ich glaube nicht. Wir haben andere Pläne... ... seit... ... Jahren oder was? Keine Ahnung. Ich meine es aber schon, oder? Wo es dann noch so ein Rainbow Teil... Also noch ein Rainbow Teil in diesem Stil wird. Vielleicht ist es aber noch besser. Keine Ahnung. Das war doch... ... die Kirche auf der Sorte. Und... ... wo das Kaffee ist. Keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Äh, achso. Ja, keine Ahnung. So, hier noch den kleinen Ding, dann... ... da ist glaube ich noch ein Ding. Ja, da ist noch ein Ding, aber... Sollte ich die Felge schnappen ohne... ... das ist... ... die Resetment... ... wie man gerade gesehen hat. Yay! Ich hab's doch mal zum Rainbow Teil aufgerufen... ... über einen... ... Teil des Service Bandit hat. Oder... ... ein Level... ... der Bandit hat. Keine Ahnung. Das ist super. Achja, das ist der Kameramodus... ... wo man das Zwerchbett berührt. ... und... ... da kommt's... ... mein Dumm... ... da ist nichts... ... wo 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 wo... ... chill, 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 chill... ... ähm... ... wo... ... das... ... verliefernd ist doch noch planen, ja... ... übrigens war... ... in Rayman Legends gibt's auch... ... äh... ... sag ich mal... ... ich weiß nicht ob das so die... ... berühmten... ... beliebtesten... ... oder einfach... ... alle... ... Oranges Level sind... ... aber es gibt... ... Oranges Level... ... also so als Mixed haben... ... selbst mal... ... also wenn man... ... sich Rayman Legends kauft... ... aber noch kein Rayman Oranges gezahlt hat... ... äh... ... muss man unbedingt nicht so dumm sein wie ich gerade... ... aber... ... es gibt eine andere Seite... ... was sagt... ... also alles im coolen Bereich... ... falls ihr das getan habt... ... also falls ihr das so getan habt... ... aber trotzdem will ich auch... ... euch... ... also euch auch... ... Bremen... ... Oranges... ... werbs ist ja fehlend... ... ist eigentlich auch sehr gut... ... und das ist genauso wie... ... äh... ... äh... ... dass man da nicht so dumm sein kann... ... wie ich hier kann... ... äh... ... aber... ... wie viel ist denn? ... äh... ... ich bin nicht echt... ... genau... ... dann fehlt... ... oh Gott... ... ach... ... okay... ... aber auch nichts, oder? ... okay... ... da ist es... ... außer dass ich nicht gestorben... ... hehehehe... ... äh... ... äh... ... so... ... get over here... ... so dass ich noch nicht... ... das... ... kann nicht so clever... ... dann bitte... ... resetten... ... achso... ... wieder zurück... ... und dann... ... gestorben... ... achso... ... äh... ... äh... ... ne... ... ich hab alles... ... ich hab alles... ... also ich brauch mich leider nicht... ... echt so umzugrecken... ... oder so... ... achso... ... hier ist noch eine... ... jetzt haben wir... ... jetzt haben wir... ... jetzt noch gerade eins... ... das war's... ... aber... ... der wird sein... ... also... ... awesome... ... ... ... ... ... ... ach... ... mal noch so zur Info... ... ähm... ... ja wie gesagt... ... von PC... ... also manches... ... auf PC gestartet haben... ... weil es... ... gestoppt ist... ... ne... ... obwohl manches Odyssey... ... und... ... man könnte auch sagen... ... ähm... ... ähm... ... die Minecraft... ... Hardcore Serie... ... aber... ... äh... ... ja... ... Creators... ... ist okay... ... achja... ... das ist so das eigentliche Hub... ... also sozusagen... ... Lobby... ... Hub... ... wo man sich die verschiedenen... ... Welten... ... Gemälde auswählen kann... ... und die sind... ... und die sind... ... in... ... diesen... ... in... ... diesen... ... Welten Gemälde... ... sind dann die Level... ... seitdem... ... ja das ist so klar... ... ahhh... ... ich glaub das mach ich am Ende... ... immer... ... oder... ... auf Screen... ... dieses ganze Gehubel... ... äh... ... er ist gleich... ... ich glaub ich glaub das ist... ... aber wie ihr seht... ... wie man schon gesehen hat... ... und Back to Origins... ... und ich glaub... ... ich glaub... ... ich glaub... ... den ersten... ... ach... ... hab da freigeschaltet... ... na hier... ... Back to Origins... ... das... ... um den ersten... ... zu... ... ursprünge... ... äh... ... die Origins... ... heißt ja... ... ursprünge... ... das mach ich ganz zum Schluss... ... weil das ist einfach... ... ein... ... und... ... den geben wir uns... ... ein paar Loops... ... da... ... und... ... hier... ... für den Multiplayer... ... also offline... ... nicht online... ... wobei... ... geht das... ... ne... ... das geht nur offline... ... ja... ... das geht nur offline... ... oder so... ... hab ich jetzt persönlich nichts dagegen... ... ups... ... zocken wir schon mal... ... oder auch... ... und so... ... wenn wir grad kein... ... UNO... ... oder... ... keine... ... Rocket League... ... oder Crash... ... Crash Team Racing... ... Nitrofield Zocker... ... Challenges... ... das... ... das... ... nicht... ... Heroes... ... ach übrigens... ... Crash Team Racing... ... ich hab ja jetzt... ... also... ... falls du... ... auf Twitter folgst... ... hab ich das gesehen... ... ähm... ... ich hab im... ... Adventure Modus... ... ähm... ... ach... ... ich sagte... ... wie heißt es nochmal... ... alle 18... ... Platin-Relic-Challenge... ... ehrlich... ... eigentlich... ... gesagt... ... nach dem Motto... ... Hashtag... ... Relics... ... Relic-Platin... ... ne... ... Platin-Relic-Challenge... ... so... ... ich könnte aber... ... auf Twitter... ... vorbeischauen... ... so... ... so... ... ja... ... super... ... ich weiß... ... super... ... so... ... viel Level hat das hier... ... 1... ... 2... ... 3... ... 4... ... 5... ... 6... ... 7... ... 8... ... 8... ... Level... ... und 1... ... ja... ... Bonus Level... ... soll ich mal... ... so... ... da will ich was sagen... ... machen wir mal mit... ... Zauberwald weiter... ... und ja... ... falls ihr euch auch... ... auch wiederum... ... wiederum... ... mal... ... also wiederum wundert... ... warum ich keine Trophäen mehr gewinne... ... weil... ... wie gesagt... ... ich hab das Spiel schon... ... durch... ... gespielt... ... hier und da... ... gibt's zwar schon noch... ... davon... ... wie ich es nicht verdient habe... ... sag ich mal... ... von Laser... ... nicht erwischt zu werden... ... oder so... ... keine Ahnung... ... ähm... ... dann glaube ich... ... die Challenge... ... glaube ich... ... da bin ich... ... aber wiederum hätte ich... ... ach... ... ich weiß... ... ach... ... ich weiß... ... das ist... ... ich weiß... ... das ist... ... da bin ich kein Fischer... ... da bin ich die Fischer gesammelt... ... da bin ich... ... ich habe... ... nie... ... ge- ... ich... Und wenn es für die Attacke, sag ich mal, auch mal abspringt. Gibt's auch nur Doppel dafür. Aber den hab ich ja auch schon. Einfach mal so nebenbei mal gemacht. Und schon so drauf, Alter. Bist du, das spielt bei mir gerade L2? Hab ich schon vorher, da hab ich mir gemerkt, das N2 ist bei mir für den, das ich hier mal sieht. Also wir haben es, das tut jetzt. Aber wenn man schafft, dann fängt es selber so wie hier diesen Spinn zu haben, dann können bei mir, Alter, wie da. Binkt schon, man scheint aber innerlich. Was ist denn bei Ihnen? Weil äußerst sehe ich jetzt nichts. Äh, wow, wow. Backe, da geht es so. Ah, ich wollte den Blumen, oh Gott. Ah, ich wollte das vielleicht noch mal gesehen haben, aber ich weiß nicht mal. Ach, glaub ich. Äh, warte mal, nee. Komm schon raus. Ach so, doch so ein Tusschen wurde, dass dieser Fels nicht getriggert. Hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon, hab ich schon gucken, wenn er doch nicht so wegkommt. So ein Tusschen, aber auch schon, ja. Die bringen eigentlich gar nicht diese Fortsdinger, doch. Ja, ich bin ja diese Fortsdinger. Weil das auch so ein Fortsgeräusch machen. So, das wird deswegen nett, das ist ein Fortsdinger. Alles aber so. Irgendwann sind meine sogenannten Fortsdinger. Fortsdinger. Ne, das ist so, wie wir gerade noch so was haben. Ich könnte nämlich das Ding, nämlich in der Luft erwischen. So. So, dann gäbe ich nämlich diese Lederhose. Ein Lederhose. So. Äh, Lederhose, wie auch. Ich brüche zwei Lubs. Also, das wäre eigentlich. Sollten wir eben auch Lederhose sammeln. Äh, auch. Das war jetzt gar nicht. Ähm. So, okay. Ach, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Äh. Reset, bitte. Ja, ich mach's noch mal. Warte, ich weiß, Alter. So schlecht ist, aber ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So. Und eingefallt ist, der Lund. Äh. Ach, egal. Was ist das? Ich hab da nichts. Inkorrektes, sobald es ist auch mal gesagt. Das ist natürlich. So. Level geschafft. Ich hab da am liebsten ein besseres Beepo. Da müsste ich mich so laut rein schreien. Ähm. Pistos Latos. Nein, danke. Obwohl, Fiesta des, des, los, de los Miertos. Scheint bei der Rayman-Community eigentlich eine ganz beliebige Welt zu sein. Ich mag eigentlich schreien. Obwohl, die erste Welt hier mag ich schon nicht so gut. Die ist eher so basic, keine Ahnung. Das war klar, die erste Welt ist auch ein bisschen im Titelbild, also so das Theme von Rayman-Belations, aber... Also, manchmal gibt's bestimmte Stellen von Leveln, die sich nicht so gut auswählen, die sich nicht so gut auswählen. Und die auch, sag ich mal, in Challenges benutzt werden. Also, vater, man sich bis zum Beispiel bei Rayman-Legis auskennt. Diese Level auch verkauft, also, ich stelle auch wieder das Ganze hier. Das war keine Chance, aber ich bin so gut auswählen. Also, ja, ist das nochmal ein Stück weit. Und das ist auch schon, wie gesagt, was ich denke. Das ist auch exakt die Stelle aus diesem letzten Level. Also, ja. Das geht jetzt nicht so gut, ich weiß nicht, was das war im Allgemeinen plus, ob das so ein Challenge ist, was das war. Von jeder... Level... Von jeder Welt, sag ich mal. Ich level an sich von einer Welt. Oh, meinst du etwas müde? Aber ich fühlst mich nicht, nein. Ähm... Ähm... Nein, dann sag ich mal so. So riesig, warte. Na gut. Die werden wir später. Oder so ähnliche Fische werden wir ähnliche Fische werden wir in späteren Level nochmal sehen.